Ich bin die Christina Klenzer von der glänzenden Pflege, freiberuflich anerkannte Pflegefachfrau. Ich biete Ihnen in den alltäglichen Aktivitäten des Lebens Hilfestellung. Diese können sein, Hilfestellung bei der Körperpflege, beim Transfer, bei der Nahrungsaufnahme, Bekleidung zu dem Arzt, Rezeptabholung beim Arzt und auch dann die Besorgung in der Apotheke. Ich biete Ihnen auch die Begleitung sterbender Menschen sehr qualitativ. Ich suche daher Kontakt zu alten betagten Menschen, zu jungen Menschen, wo eine Behinderung haben und Hilfe brauchen. Des Weiteren suche ich Kontakt zu Pflegeheimen, zu Spitälern, zu Spitexen, zu Reha-Kliniken, wo ich als Freelancer arbeiten kann. Denn ich biete glänzende Pflege. Ich bin die Christina Glänzer von der glänzenden Pflege. Besten Dank! Geräusche Meincer ordereden Pflege. Ich bin die Zufa von der Gäste um. Wir werden überwachen. Wir werden überwachen. Ich bin die Zufa von der Gäste umbauen.